Hallo Leute, was geht ab? Jan-Lucas ist heute wieder am Start. Wir spielen heute eine Runde Brawl Stars. Ja, habt ihr richtig gehört? So Leute, und ich habe gerade ein paar neue Skins bekommen. Jetzt, vorhin habe ich den hier bekommen. Habe ich gerade ausgetestet, stark. Und dann den. Ja Leute, und jetzt würde ich sagen, wir spielen so ein, zwei, drei Runden. Und dann fährt, ähm, hörst dann auf, weil mein Akku nur noch 7% hat. So Leute, dann wollen wir ja jetzt mal beginnen. Und dann einfach muss ich immer mit so einem schlechten spielen. Oh, ich hasse das. Leute, schreibt mir ein Ding in den Kommentaren, ob das bei euch auch so ist, ob ihr auch immer mit einem schlechten spielt, oder, ob ihr überhaupt Brawl Stars spielt. Schreibt es mal in den Kommentaren. In den Kommentaren. Ob ihr auch Brawl Stars spielt. Wie süß. Soll ich den hier habe, mach jeden, mach ich einfach jeden, jeden. Mach ich einfach jeden. Shit, der hat mich gecold. Schreibt es mal in den Kommentaren. Thank you. Komm, schlapp bitte nicht. Bitte, bitte auf Ehre. Bitte, komm. Mach. Schieß doch. Moin. Oh mein Gott. Ich habe ihn gerade gar nicht gesehen. Moin. Friss mein Monster. Friss mein Auge. Das war ein Mädchen. Ich habe gerade gesehen. Sie hatten kämpfen. Sie kämpfen. Das war eine schlechte Idee. Das war eine schlechte Idee. Oder, Leute? Immer daneben rum zu laufen ist schlecht. Leute, schreibt es mal in den Kommentaren, ob ihr das neue Update mögt. Also ich peile es. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Ja, Leute. Bestimmt sieht das mein Freund Elmedin mal wieder, mal wieder an. Mein kleiner Freund. Aber das ist ein sehr, sehr böse. Also lasst bei Elmedin kein Like und ein Abo da, bitte. Weil der macht richtig schlechten Videos. Macht lieber bei mir, weil ich mache die besteren Videos von uns beiden. Weil, Leute, wir sind zusammen in einer Klasse. Habe ich, glaube ich, auch schon mal euch gesagt. Also, ihr könnt in den Kommentaren schreiben, ob ich ihm irgendwas sagen soll für euch. Dass er scheiße Videos macht oder dass es so cool ist. Könnt ihr auch ruhig gerne in den Kommentaren schreiben. Also, ich habe wirklich nichts dagegen damit. Oh, shit, Leute. Ich bin down, aber... Was tut er da? Was tut er da, bitteschön, Leute? Was tut er da, bitteschön? Das ist ein... Bockzeil macht dich Platz. Er macht dich Platz. Und du bist so cool. Ich muss... Ich muss... Toll. Und deswegen, Leute, hasse ich die Leute hier. Weil die alle einfach so blöd spielen können. So, Leute, wollen wir mal gucken, ob jemand on ist? Nein. Jemand mit dem Spiel? Mal gucken. Leute, schreibt es in den Kommentaren ab. Hier ist es auch immer so gut. Oh, mein Gott. El Primo ist hier. So, Leute. Ja, ich mache schon vier Minuten. Oh, mein Gott. Was heißt das, Leute? El Metin ist behindert und dumm, ne? Schreibt es in den Kommentaren, ob ihr das auch so findet. Ob der auch dumm ist. Ob ihr das so findet. Er hat zu mir gesagt, dass ich nicht lesen kann. Also, das ist wohl echt gemein. Oh, mein Gott, Leute. Da renne ich erst nicht hin. Erst, wenn ein paar Teams getürtet worden sind. Dann renne ich da hin. Da unten. Was? Moin! Ich bin down. Ich sterbe und ich raste aus. Renne nicht da hin. Dann bist du viel schneller down. So, ich renne da gleich hin ins Gift, weil ich will die Dinger da haben. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott, Leute, ich hab's überlebt. Wir müssen uns eben verstecken und warten. Wieso, Leute? Oh, liegen wir einfach hier so entspannt rum? Oh, mein Gott, wusste ich, ganz klar. Hinter uns, 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 Junge. Ich bin da. Nein! Oh, mein Gott. Das hat mich gerade... Nein! Das hat mich gerade eben noch eben kurz gerettet, dass ich schnell bin. Die da ist down. Die ist down. Die ist down. Die ist down. Die ist down. Freund, ich brauche deine Hilfe. Weil ich bin jetzt gleich down. Und? Wir haben verloren. Glaube ich, Leute. Glaube ich mir. Ich glaube. Mach ihn down. Mach ihn down. Renn nämlich nicht da rein, du Vollhorn. Leute, tut mir leid, dass ich das gesagt habe, aber... Ich bin sehr wütend auf den Spieler. Leute, eben gucken, wie viel Akku. Wie viel Akku. Ein Akku. Also, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Für das Video. Tschüss.